der straßburger der lange zeit in der ersten französischen liga gespielt hat fürs da drin und da ist es passiert was für ein gewaltschuss von ich glaube es war florian dick diesmal so schien es keine chance für corbinian müller gut perfekt abgezogen hier ja da wenig abwehrmöglichkeiten was für ein strahl von florian dick ganz schwer zu sehen für corbinian müller